Herzlich willkommen zurück zum Part 5 von EA Sports MMA und jetzt wollen wir mal Luke Gordon in der Hauptherausforderungskampf, wie auch immer, besiegen. Also los geht's. Zumindest wählen wir den mal aus und jetzt dürfen wir schön trainieren. Reisen will ich jetzt im Moment nicht, ne. Seit Mischen sind wir schon auf 40. Ich sag mal, ich würde jetzt mal eher was für einen Stand tun. So. Nein! Ich hab mich mal verschlagen, ey. Funch kommt mit dem Tempo, ja. Machen wir nochmal. Aufgestiegen, okay. So, das reicht jetzt aber hierfür. Kann ich jetzt noch reisen? Nein, leider nicht. Ähm. Neuer Webartikel, was schreibst du denn? Drei Kämpfe, drei Siege, ja. Könnt ihr gerne euch durchlesen. Ist manchmal sehr interessant. Ich hab mir ja das früher mal, als ich selber für mich alleine gespielt hab, mal durchgelesen. Sind schon geile Artikel eigentlich. Ähm. Clinch brauche ich im Moment nichts tun. Boden vielleicht. Ne, Stand muss ich noch tun. Ähm. Blocken und Abwehr. Komm. Machen wir das. Are you ready to start the drill? Keep pushing yourself. Go strong to the finish. Great effort. Keep it up. That's nice. You're setting a great example with that kind of effort. Okay, der trifft mich zwar trotzdem, aber macht ja nichts. Nochmal. Ich muss nämlich auf dem... Das Kind muss natürlich viel besser werden. Wenn ich hier noch was reisen will. Aber nochmal. Dann die anderen beiden Wochen werde ich noch was anderes machen. Okay, mir ist jetzt bei 83. So, Stand nochmal. Was kann ich denn noch hier alles machen? Boxen. Bewegung, Reichweite, Kickboxen. Kick, äh, Kickboxen, sag ich schon. Kickboxen muss ich natürlich was tun. Aber ich darf ja im Moment keinen Kickstigen-Kopf. Ach. Scheiße, eine zu wenig, ey. Das war jetzt scheiße. Ich möchte es nochmal versuchen. Ähm. Ich möchte es nochmal versuchen. Ähm. Let's get to it. Keep pushing yourself. Don't stop. Oh yeah, I'm loving the intensity. That's it. Keep it going. 10 seconds and counting. Jawoll. Siehste. Da seht ihr. Das habe ich jetzt auch geschafft, ey. So. Bisschen Kick-Tempo. Alright, this is it. You know, your step. Do the title. You gotta win this. You gotta put the pressure on. Do not let this guy off the hook. Ja, ja. Welcher machen. Luke Gordon. Kicks, äh. Ja, unter was. Ja, unter was. Kicks wahrscheinlich. Unter Klinch wahrscheinlich. Wir werden jetzt auf jeden Fall kämpfen. Ich setze natürlich voll auf mich. Wäre blöd, wenn man es nicht tun würde. Ich werde ihn auf jeden Fall. in der, in der Coast, ja doch, Coastal, Coastal, Community College, Irina, wie auch immer, welche ihn den Erdboden gleich machen. Aber so richtig, so richtig, pfff, glatt machen. Aber so richtig, wirklich. Ich darf ja hier keine Kicks in den Kopf leider machen. Leider. Darf ja nur schlagen. Aber macht ja eigentlich auch nichts. Ich mache ihn fertig hier. Wir sind aus. 3-0. 4-2 hat er. Ich bin größer. Er ist schwerer. Ist klein und fett. Wenn man es jetzt hart ausdrücken würde. Ah, lass mich noch mal ein bisschen. Komm, steh auf. Ach, das ist doch langweilig. Okay. Okay. He slips the strike and avoids any damage. Oh, he's put together a nice combination here. na komm, zeig mal was, zeig doch mal was, oh, ist der K.O., oh, man, alt die Teil, ist das peinlich, guckt euch das an, da fällt da einfach um, nur mein Abgang kriegt er noch mal eine Gewicht, mit viel Kraft sind die eigentlich mitgestiegen, ich müsste mal gerne mit mehr Kraft schauen, wenn ich das wüsste, wie es geht, auch der Gegner ist nicht mal da, der ist, glaube ich, kaputt im Arsch, ist der, Basuten, yay, yay, wie er sich freut, oder ist das gar nicht, Basuten, ich glaube doch, ich glaube doch, ja, okay, ich habe 4,365 Schlägen durchgebracht, ganz schön schlecht, Kicks 4 von 5, ja, auch schlecht, der hat ja wirklich nix, aber nix gezeigt, ich hoffe, das wird noch schwieriger, ansonsten ist das ja hier, pipi einfach hier, ich habe sogar noch, ich hätte das 4 früher schon Schluss machen können, scheiß, wisst ihr, der lag ja dreimal am Boden, da hätte ich ihn schön finishen können, aber ganz schön schnell, aber ich wollte ihm mal K.O. hauen, also nicht die technische K.O., sondern die normalen Halt, da haben wir echt schon machen, irgendwie, Ja, will ich schon machen, werde ich schon irgendwie hinkriegen, Nick Fernandes, okay, der ist schon ein bisschen besser, Ich würde eigentlich weder auf die Zeit gucken, und wenn jetzt so lang der Part, oder, oder würde, ne, 8 Minuten haben wir erst, ja, das können wir doch den Champ herausfordern, machen wir den Champ hier nochmal, den Erdbogen gleich. Wo reisen wir jetzt mal hin, jetzt möchte ich mal reisen, reisen wir mal wieder zu, reisen wir mal nach X Couture, ja, nach Raine Couture, das sieht doch mal geil aus, ey, und das wird noch geiler, wenn ich das jetzt schon verraten habe, wer das Spiel besitzt, die wissen bestimmt, wie es noch geiler wird, aber das ist eigentlich auch nicht so extrem lang das Spiel, eigentlich, es gibt längere Spiele, aber das ist eigentlich auch schon in Ordnung, von der Partlänge dürfte um die 20, 25 Parts eigentlich werden, eigentlich, wenn nicht viel dazwischenkommt, eigentlich, aber mal gucken. Randy, wo bist du? Randy? Okay, danke schön. Special Moves, was hast du denn so drauf? Da, da ist Schoog. Da, ja, da ist. Verleige dich in dieser Take-Down, damit du anschließend auf dem Boden in einen Spore-Fussel, wenn du ein Gegner bist, okay. Head-Arm-Schoog, Fenne. Major Pants ist denn das? Achso. Machen wir das doch mal, Darth-Schoog. Verleige dich in dieser Take-Down, okay. Hab ich gesagt, schafft ihr wohl? Glückwunsch aus den Special Moves Darth-Schoog. Färbische, freigeschaltet. Ober-Spot-Position und der Ober-Background-Slide-Jogger endet wie ein Arm-Triangle-Choke. Okay, schauen wir den auch. Man kann aber leider nur pro Training-Stamp einen Special Moves und insgesamt darf man nur 16 haben. Glocken-Abwehr-Box-Kombo mache ich jetzt mal hier. Das kommt mit 2. Ach, du Scheiße! Ach, was mach ich denn? Weißt du? Ey! Kack dich! Ey! Scheiße, ey. Das war jetzt ziemlich klein, nicht? Möchte ich nochmal. Faust-Schnelligkeit hab ich ein bisschen zugenommen. Ey! Ja, boll! Seht ihr? Ich kann's doch... Wollt's mir selber nochmal beweisen. Bumm. Stärke linke Hand. Jawoll. Bumm. Und nochmal eins mach ich noch. Hier, Box-Kombo. Richtig heftig, ey. Ähm. Was hab ich jetzt bei... Stand? Immer noch so wenig. Und neue Artikel natürlich. Könnt ihr euch hier gerne durchlesen. Takedown-Verteidigung 2. Gut. Boden aufstehen. Takedown-Verteidigung 2. Machen wir doch. Ach! Hacked dich doch ein. Okay, das ist immer noch, ah, das ist super. Das bringt mir noch was. Takedown-Verteidigung bringt mir immer was. Weil Takedowns halt nix. Und jetzt mach ich nochmal was anderes. Was mach ich denn jetzt nochmal? Blocken und Abwehr. Bauchmuskel. Blocken, okay. Kinn bringt mich hier. Für uns nicht hier. Ach, hier bringt Punch... Äh. Ha. Okay. Takedown-Verteidigung 3. Machen wir das doch. Lass das. Lass das. Lass das, Mann. Habe schon mal einen anderen an. Nix gibt's. Ey. Ist doch nicht wahr. Nur weil ich das abgewehrt hab? Nur weil ich das abgewehrt hab? Was? Hey, Boss hier. Listen. You put in the time for the title fight. Alright? You put in the sweat, the blood, the tears. And now it's time to win that championship. Ja, werde ich schon machen. Keine Sorge, Bass. Meinst du alles oder nichts? Ich sag mal alles. Alles. Nick Fernandes. Du willst bluten. Meine richtige Fist wird dich zerstören. Meine linke natürlich auch. Kicks darf ich ja leider nicht. Sonst würde ich dich auch K.O. kicken. Oder mehr auf Kicken gehen eigentlich. Eigentlich. Natürlich. Würde ich da mehr daraus machen. Aber ansonsten. Geht ja eigentlich nicht viel. Coast Community. Coast Hall Community College. Jetzt geht's um die Meisterschaft. Ich hoffe, euch freut, dass es zwei Files wieder sind. Aber es wird nicht immer so sein. Nur im Moment so. Woher kommt der? Nick Fernandes. Wer der gelandet ist, Flagge weiß, kannst du mir ja sagen. Ich kann mich vergrößern. 5 Rounds? So weit kommt der nicht. Wir beginnen mit dem Champion. Der sieht ja richtig beschissen aus. Ah, Niki. Du wirst gleich auf den Boden liegen und räumen. Ich hab nicht viel verloren. Sagt er gleich. Wieder aus wie in Orang-Utan, ey. 4-0. Boom. Ja. Sagt er mir den, too? Ja, komm. Boom. Ich bin fertig, jo. Yes. Yeah. Er ist so ne Schütte. Aber. Ah, ich dachte doch, ich darf doch Headkicks machen, geil. Okay, der ist schon ein bisschen besser, glaube ich. Schön. Und jetzt. Scheiße. Komm her. Komm her. Komm, nimm dir den Arm. Ja. Ja. Boom. Juhu. Okay, das war einfach. Aber der Champion war schon schwieriger als die letzten. Aber das ist noch einfach. Oder beziehungsweise zu einfach. Guck wie er ausrastet. Ich geh auf, ich geh auf. Ich geh auf. Ja. Hier, once again, ist Shannon Rose. Hey. Geil, man. Okay, der Titel sieht richtig schwul aus eigentlich, aber die werden noch besser. Okay, 21% der Schläge sind nur durch. Aber zwei Takedowns sind durchgekommen. Das wäre ja auch mein Ziel eigentlich. Die Takedowns. Habe ich mir natürlich bei René Couture richtig geil verbessert, die Takedowns. Zumindest die Verteidigung. Bei Takedowns muss ich generell nochmal. Da habe ich nur 35. Das ist ein bisschen scheiße. Muss ich auf jeden Fall da nochmal ein bisschen verbessern. Weil ansonsten, Takedown-Verteidigung ist geil eigentlich. Irgendwie 77 im Moment ist eigentlich schon in Ordnung. Bas Rutten ist auch Kommentator in Japan. Oder war? Steht da zumindest. In der UFC ist er sogar noch Kommentator. FC3 natürlich. Ich weiß. Okay, wo kann ich denn jetzt hingehen? Aber wo sollte ich denn jetzt hingehen? Ich werde... Eigentlich müsste ich ja hier jetzt einen Piersen-Cut machen, aber... Ich sag mal nein, wir gehen mal... Kopf gegen das Knie am Boden erlaubt. Keine Kopf gegen das Knie am Boden. Eine Runde 20. Ich gehe mal Liga de Combate. Oder? Ja, ich gehe Liga de Combate. Und Jeremy Grant ist unser erster Opponent. Aber ich würde sagen, hier werde ich erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, wenn wir Jeremy Grant den Arsch versohlen. Also bis dahin, hau da rein und tschauseln.